aber da könnte man halt noch super es wäre auch drei block tief müsste man halt das kann ich nicht essen da müsste man halt übelst wenn ich das jetzt mache dann könnte man das mit ausleuchten mit einer lore vielleicht dann nach vorne flitzen oder man macht es hier so dass du hier so runter gehst ja dann könnte man das lager auch gleichzeitig erweitern aber es mich interessieren wird ist ob es denn auch für dieses lagersystem was wir haben das war die vier ob es das auch irgendwie computer gibt was ist denn das steinbruch okay was kann ich damit machen was ist das ist denn das steinbruch ich habe keine ahnung was das sein soll finden aber ich habe ja steuern wir machen uns einfach jetzt mal hier so und jetzt steinbruch bei wird sein laden okay und wie kann man da jetzt vielleicht das da was ist denn das steinbruch los mach mal was laser platz platzmarker montagebank anlasser ich weiß auch nicht was das ist kann ich jetzt macht er jetzt irgendwas tank vielleicht muss ich mit dem schlüssel irgendwas machen ja was ist das jetzt ist das ist das jetzt eine begrenzung oder was oder gibt es hier auch roboter das verstehe ich jetzt nicht das ist klar biobradar okay das ist aber merkwürdig es ist schlag übelst komplex sind das gibt's denn auch was ist das gibt es automatische werkbank mini roboter und was macht dieser mini roboter und wie funkt und wie funktioniert der was macht er denn jetzt vielleicht somit damit kann ich den steinbruch füller konstrukteur rezeptverpacker elektronische bibliothek pumpe minenroboter pc factory holz hat steinhard das ist kann dieser komische minenroboter muss ich den vielleicht so und jetzt elektrische bibliothek tank was ist das ich habe keine ahnung irgendwas machen vielleicht oben drauf sitzen ich habe redstone bridge filter was ist das wie soll denn der roboter funktionieren da muss ich jetzt mal gucken gleich oder da 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 da